Urs, jetzt möchte ich dir ganz gerne mal eine Frage stellen. Und zwar finde ich es tatsächlich manchmal ein bisschen anmaßend, dass Männer und Frauen etwas über Geburt und Schmerzen und Schmerzlinderung erzählen wollen, weil sie es einfach nicht erleben können. Und deshalb möchte ich dich einfach mal fragen, nutzt du deine eigenen Methoden? Hast du selbst Grenzerfahrungen gemacht im Bereich Schmerzen? Was hast du erlebt? Also danke vielmals, Jasmin, dass du das endlich aufs Brett bringst. Das ist mal die erste Sache. Es ist wichtig, dass man auch zu jemandem Vertrauen hat. Warum kommen Menschen zu mir und das schon seit 2005? Ich habe Dinge wirklich in Grenzerfahrungen herausgefunden, wie der Geist mit dem Körper korrespondieren kann und herausragende Ergebnisse entstehen. Ich durfte mit 16 Jahren, ich bin jetzt 57, eingeführt werden in eine hawaiianische, schamanische Denk- und Lebensweise, HUNA genannt. Und auf diesen sieben Prinzipien baue ich seither mein ganzes Leben auf. Und ich habe unter anderem einen Feuerlauf-Weltrekord gemacht. Das war 1999, über 200 Meter glühende Kohle. 200 Meter? Genau, das sind zwei... Moment, ein normaler Feuerlauf. Also ich habe das mal bei einem Seminar tatsächlich erlebt. Ich habe es mich selbst nicht getraut, sage ich ganz ehrlich. Ein normaler Feuerlauf sind irgendwie fünf Meter und da werden die Leute mental mega drauf vorbereitet. Und du hast jetzt gerade gesagt, du hast 200 Meter, bist du über die Lüge in die Kohlen gelaufen? Genau, das ist am Schluss auch nichts anderes als... Das sind zwei Fussballfelder. Wenn man sich so mal vorstellt ungefähr, das braucht eine Menge Holz. Da haben wir alleine einen halben Tag Holz geschuftet und angezündet und bis das dann unten ist und 200 Meter Länge. Also das war alleine schon ein Spektakel. Und wir haben uns deshalb, erzähle ich es eigentlich nur drei Stunden vorbereitet. 37 Menschen. Und das könnte jeder nach dem sanften Geburtstraining auch, weil es geht um diese sieben Prinzipien, die dahinter liegen. Und man hat dann gelernt, und das ist das, was es ausmacht, wenn man sich hingibt und verbindet mit dem, was man gerade tut. Das ist bei Kindern, nennt man das Spielen. Im Sport nennt man das die Zone. Hier bei mir nenne ich es den positiven Flow in meinem sanften Geburtstraining. Und das heisst, ganz präsent sein, alles Unnötige ausblenden, hochfokussiert deine Energie aufbauen auf allen Ebenen, also körperlich, geistig. Das heisst, deine Ängste wurden in diesen drei Stunden Training endgültig entmachtet. Wir haben uns so darauf trainiert, zum Beispiel über eine Visualisierungstechnik, dass ich über ein Schneefeld laufen werde und meine Füsse dann in dieses angenehme, kühle, weisse Schneefeld einsinken. Das haben wir uns visualisiert. Wir haben ja in anderen Videos, Jasmin, darüber gesprochen, die Kraft der Vorstellung. Und das habe ich da alles auch eingeübt und umgesetzt. Und wir sind alle 37 Menschen dann schlussendlich gesund und heil angekommen auf der anderen Seite. Aber du bist letztendlich über glühende Kohlen gelaufen, die mehrere tausend Grad heiß sind. Und die führen direkt und sofort zu Verbrennungen an den Füssen. Wie hast du das erlebt? Ich habe null Empfindungen gehabt an den Füssen. Null. Ich bin wirklich gelaufen, als würde ich so über ein taubedecktes Grasfeld laufen am Morgen mit so Wasserperlchen oben an den Grashelmchen. Das haben wir uns visualisiert, solche Dinge. Und ganz bewusst habe ich das gemacht, einen Fixpunkt visualisiert, so wie wir das im sanften Training auch einüben. Konzentration, Fokus halten, ganz hier sein. Ich habe in meinem Leben auch viele Künstler gecoacht, zum Beispiel Seiltänzer oder Akrobaten. Die laufen dann von einem, ich kenne viele Menschen, das sind so abgefahrene Menschen, die sammeln Weltrekorde. Ich habe jetzt einen gemacht. Aber es gibt Menschen wie der Freddy Knie zum Beispiel, das ist ein Seiltänzer oder ein Akrobat aus der Schweiz. Der hat über 100 Weltrekorde und der läuft von einem Berggipfel auf den anderen über so ein dickes Seil. Und hat nur eine Balancestange in der Hand. Und unten sind tausend Meter von nichts. Also der muss sich konzentrieren. Und das lernen wir im sanften Geburtstraining. Und ich wollte das immer herausfinden, bevor ich mit Menschen arbeite, in diesem speziellen Gebiet mit Schwangerschaft und Geburt, kann ich das bei mir selber auch. Und das war so ein Ereignis, eine der Grenzerfahrungen, zum Beispiel Feuerlauf. Ja, das waren tausend Grad glühende Kohle, das ist Lava-Temperatur. Wow, das ist beeindruckend. Hast du noch mehr gemacht? Ich will das wissen, ich finde das spannend. Ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin, aber ich finde das extrem spannend. Also wir haben das hier nicht vorbereitet, wenn jemand zuschaut. Das ist jetzt eine spontane Aktion übrigens. Und ja, ich habe noch mehrere Dinge, aber ich will noch mal was sagen zu diesem Feuerlauf. Weil schlussendlich ist das Feuerlaufen nichts anderes als Gebären. Du brauchst den Fokus, du brauchst die Energie hochhalten, das machst du mit deiner Aufmerksamkeit. Du brauchst deine Gedanken zu lenken, das heisst weg von den Ängsten, hin zur Zuversicht und zum Vertrauen. Sonst musst du gar nicht übers Feuer laufen, wenn du am Anfang schon denkst, ich verbrenne mich. Hast du schon die Füße verbrannt, bevor du überhaupt losläufst. Und das muss tief aus deinem Inneren, also eine Überzeugung in dir, im Unterbewusstsein abgebildet werden. Das haben wir alles in diesen Videos jetzt besprochen. Weisst du, von innen heraus Fokus halten, Gedankenkraft lenken, aus Liebe agieren anstelle aus Angst. Das sind diese sieben Prinzipien. Kreativ sein, eben zum Beispiel ein Schneefeld vorstellen, wo wir drüber laufen dann, anstelle glühender heisse Kohle. Und das Ganze einfach im Hier und Jetzt sein. Also das ist der Joker bei der Geburt, präsent sein. Das sind die wenigsten Frauen, die denken dann wieder. Es funktioniert tatsächlich, aus eigener Erfahrung. Es funktioniert. Die meisten denken aber während der Geburt, wie lange geht es noch? Wie lange habe ich jetzt schon hinter mir? Wird das noch heftiger? Und in dem Moment bist du nicht präsent. Es funktioniert. Und es funktioniert auch beim Zahnarzt. Ich mache Wurzelbehandlungen mit den genau gleichen Strategien. Ich habe mir die hintersten Weisheitszähne, drei Stück schon so ziehen lassen. Also da musste der wirklich mit... Ohne Betäubung, ohne Narkose. Genau. Und auch ohne Narkose habe ich da... Unser Sohn kam 2006 zur Welt, Jasmin. In zweieinhalb Stunden war eine Wunschgeburt von meiner Frau Heidi. Und danach aber, wir waren beide schon 42 Jahre, haben gesagt, wir möchten kein Kind, ein weiteres. Und dann bin ich mich unterbinden lassen gegangen zu meinem Arzt und habe gesagt, das wird ein spezielles Unterbinden für dich dieses Mal. Wir sind per du, der Arzt und ich, haben gesagt, mach uns das, dass wir 30 Minuten ohne Anästhesie das mal durchziehen und an meinem Unterleib gearbeitet wird. Und dann habe ich das ohne Anästhesie erleben dürfen. Wie das funktioniert, wenn du bei dir bleiben kannst. Wow, das ist eine Operation. Da wird geschnitten. Genau. Und das Einzige, was ich ein bisschen wahrgenommen habe, war ein bisschen warm zwischendurch. Ich habe aber den Arzt dann auch schon vorgewarnt, ich werde manchmal laut atmen und ich werde manchmal, ja, hineinatmen. Und ich werde manchmal lächeln, dass er sich dann nicht komisch vorkommt. Und der Arzt sich dann nicht erschreckt. Genau. Und die Assistentin dann irgendwie das Gefühl hat, ich hätte Drogen genommen. Das war wirklich vorgeübt, eintrainiert und ich war mit dieser Selbstsicherheit so unterwegs, genau wie ich das im sanften Geburtstraining möchte, dass die dann nach diesem Training rausgehen. Dass die fühlen, ich kann das jetzt, ich packe das, ich habe das in mir, ich brauche es nur noch zu aktivieren. Sehr spannend. Also da hast du auf jeden Fall meine volle Anerkennung. Hut ab. Das ist schon eine Nummer, muss ich sagen. Aber es zeigt einfach, dass es geht. Und es gibt uns, glaube ich, nochmal ganz viel mehr Zuversicht, dass du tatsächlich weisst, wovon du redest, dass du es selbst erlebt, selbst gemacht hast. Und dass wir, wenn wir es üben, auch genauso hinkriegen können. Es ist alles möglich, Jasmin. Es gibt keine Grenzen. Und da haben wir nur unsere eigenen Denkgrenzen geschaffen, halt in der Schule, von der ganzen Kultur und von wo auch immer wir es mitgenommen haben. Und die sprengen wir im sanften Geburtstraining. Und das Gute daran ist, danke vielmals, dass du mir die Frage jetzt so spontan gestellt hast. Man kann es nachher, wie du ja gehört hast, universell für das ganze Leben in jedem Lebensbereich einsetzen und anwenden. Also ich lade alle dazu ein. Ganz herzlichen Dank für die Frage, Jasmin.